Ich liebe das Cheerleading. Ich habe angefangen, als ich ungefähr 12 war und dann bin ich während meines ersten Jahres in der Highschool in die Schulauswahl gekommen. Ich denke aber nicht, dass ich nächstes Jahr cheerleaden werde. Meine Schule hat insgesamt etwa zweieinhalb Meilen Gänge. Deswegen sitze ich im Rollstuhl, weil ich an schlechten Tagen immer müde bin und nicht so gut laufen kann. Ich bin nicht wütend darüber, denn was ist, wenn ich es nicht besser kann? Werde ich depressiv und den Rest meines Lebens darüber trauern? Nein, man muss weitermachen und das Beste geben. Zeig mir, was du willst. Oh, ein Karussell. Es ist schwer, da Jordan nicht behindert aussieht und wir dieses Problem haben, dass, wenn wir raus in die Welt gehen mit diesem Jungen, welcher einen normalen Eindruck macht und dann wiederum etwas völlig Ungezogenes tut, eben dann die Leute anfangen, ihn anzuschreien, da sie annehmen, er tue dies absichtlich. Wisst ihr, wenn sie noch kleine, niedliche Jungs sind, dann macht man sich nicht dieselbe Art Sorgen, als wenn sie größer sind und potenziell bedrohlich wirken. Jeder war so unterstützend, aber manchmal denke ich viel über die Leute nach und weiß nicht, was ich sagen soll. Und manchmal hat man solche Momente, wo man denkt, das kann nicht wahr sein. Das ist nicht mir passiert. Mein Baby ist nicht gestorben. Wir fürchten uns vor der Atombombe. Aber wie viele von uns fürchten sich hier vor? Diese Schüssel voller krankheitserregender Organismen, die, wenn sie wachsen und sich ungeprüft verbreiten, mehr Leben zerstören können als ein Dutzend Atombomben. Wissenschaftler aber haben eine starke Verteidigung entwickelt. Impfungen, die die Bildung von Antikörpern stimulieren. Einmal gebildet, bleiben sie im Blut und verleihen Immunität gegen einen weiteren Angriff derselben Krankheit. Ich denke, wir nehmen Impfungen als selbstverständlich hin, da wir die Ernsthaftigkeit der Krankheiten, die Impfungen verhindern, nicht länger anerkennen und die Impfungen sozusagen das Opfer ihres eigenen Erfolges sind. Ich war 1991 als Arzt hier, während eines massiven Masernausbruchs. Wir hatten sieben Kinder hier im Krankenhaus, die daran gestorben sind. Ich meine, die an einer Krankheit gestorben sind, welche einfach und sicher durch eine Impfung hätte verhindert werden können. Und es war sehr schwer, dies zu beobachten. Es bricht einem das Herz. Als die Krankheiten noch häufiger auftraten, verkauften sich die Impfungen fast wie von selbst. Es gibt heutzutage Leute, die sagen, wir sehen diese Krankheiten nicht mehr und vielleicht sind die Impfungen doch nicht so sicher, wie es behauptet wird. Aber die Geschichte lehrt uns doch, wie effektiv Impfungen sind. Natürlich ist es verständlich, dass Eltern sich für die höchsten Sicherheitsstandards in Impfungen einsetzen. Diese Impfungen sollten so gut wie keine Nebeneffekte haben und das ist auch so gut wie immer der Fall. Ich meine, es ist äußerst selten, dass sie irgendein Problem verursachen. Mir wurde während der Ausbildung erzählt, dass Impfungen sicher und effektiv sind. Und ich hatte keinen Grund, irgendetwas anderes zu glauben. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als 1991 der Staat New York die Hepatitis B-Impfpflicht verabschiedet hat. Es erschien mir seltsam, dass sie eine Pflicht verabschiedeten, um Neugeborene gegen Hepatitis B zu impfen, wenn diese praktisch keinem Risiko einer Hepatitis B-Infektion ausgesetzt sind. Es brachte mich dazu, zu hinterfragen, ob wir den Kindern überhaupt helfen, indem wir ihnen all diese Impfungen und Injektionen geben. Es gilt nicht nur als eine Annahme, dass Impfungen sicher sind. Es wird vielmehr wie eine Gesetzmäßigkeit behandelt. Aber ich denke nicht, dass man es so schwarz-weiß betrachten kann. Es gibt viele Graustufen und immer mehr Leute hinterfragen dies mit gutem Grund, da es wissenschaftlich nicht erwiesen ist, dass Impfungen wirklich sicher sind. Ich bin heute sehr empfindlich. Meine Muskeln schmerzen. Ich habe drei Gardasil-Spritzen bekommen. Nach den Spritzen begann der Wahnsinn und ich fing an, krank zu werden. Ich hatte zwei Schlaganfälle. Meine rechte Gesichtshälfte ist teilweise gelähmt. Ich habe nur eine beschränkte Sicht und leide an Krämpfen. Nun, sie hatte einige Probleme am Anfang der Woche und dann am Mittwoch. Das waren wirklich schlimme Krämpfe. Und dann nochmal am Donnerstag. Es geht ihr heute einigermaßen gut. Sie nimmt es leicht. Okay, vielen Dank, Herr Chris. Ich werde ihr sagen, dass Sie angerufen haben. Tschüss. Bei Schäden durch Impfungen dachte ich allenfalls an entzündete Muskeln oder vielleicht einen Ausschlag. Ich hätte nicht im Traum daran gedacht, dass dies ein Nebeneffekt einer Impfung sein könnte. Sie redet mit ihren Freunden nicht darüber. Sie redet mit niemanden darüber. Und wenn ich mit ihr darüber reden will, wird sie wütend. Ich meine, also, ich weiß es nicht. Vielleicht denkt sie, es wird verschwinden, wenn wir nicht darüber sprechen. Nein, weil du nur heulst. Es war MTV. Nein, ich weiß nicht, was es war. Jedenfalls hat sie es aufgenommen und zu mir gesagt, Mama, das musst du dir anschauen. Ich antwortete, okay, was? Und erwartete eine Modenschau oder sowas. Zeig mal her. Jedes Jahr erfahren Tausende von Frauen in den Vereinigten Staaten, dass sie an Gebärmutterhalskrebs leiden. Ich könnte eine weniger sein. Mit Gardasil könnte es eine weniger treffen. Ich saß da und habe Musikvideos geschaut. Und jedes Mal lief diese Werbung. Und ich, Mama, ich möchte keinen Krebs haben. Ich muss das haben. Aber ich hatte nicht vor, bald Sex zu haben und eher zu warten, bis ich verheiratet bin und dass ich es eh nie bekommen würde. Also, ich weiß nicht, was mir damals durch den Kopf gegangen ist. Es kam zu ihr. Es kam zu meinem 15-jährigen Kind. Sie unterhielten sich darüber in der Schule. Hast du es schon? Du musst es machen. Hast du deiner Mutter davon erzählt? Ich denke, wir sind das einzige Land, vielleicht mit Ausnahme von Neuseeland, das Werbung für Pharmazeutiker im Fernsehen erlaubt. Unsere Kinder, unsere Bevölkerung wird bombardiert mit Anzeigen für Viagra. Arzneimittel tun dies oder das. Haben sie ein Restless Leg Syndrom? Sie könnten PAD haben und es nicht wissen. Da gibt es ein Mittel, das genau richtig für sie ist. Fragen Sie Ihren Arzt. Es ist unglaublich, was wir machen. Und wir machen genau das Gleiche mit Impfungen. Das Gleiche mit Impfungen.